Wenn ihr glaubt, dass man mit Sprache und Worte die Welt nicht verändern kann, dann solltet ihr unsere Folge hören. Denn wir reden über Framing und wie Framing politische Realität schaffen kann. Genau. Wir erläutern erstmal, dass Sprache ohne die Rahmensetzung überhaupt nicht möglich ist und erklären dann, warum Konservative einfach ein bisschen besser darin sind, die Frames zu setzen. Und im zweiten Teil geht es dann darum, wie aus diesen Begriffen und wie sie verwendet werden, tatsächlich politische Realität wird und vor allem auch in der Zugabe, was ihr dagegen tun könnt oder wie ihr das auch verwendet. Genau. Deswegen hört rein. WhyPolitik Folge 18. Wir freuen uns.